Moin zusammen, hier ist der Henri, wir sind zurück bei unserem Gaston, der hier offensichtlich ein wenig auf den Geschmack gekommen ist, auf den Geschmack der Jagd mit Greifvögeln. Wir sehen ihn ja wieder in einem seiner Wälder, wo er offensichtlich mit einem seiner schönen Vögel trainiert. Er hat ja selber vor kurzem eine Jagd ausgerichtet, eine Jagd mit Falken, wo er, naja, wie gesagt, offensichtlich auf den Geschmack gekommen ist. Auch wenn die Jagd leider noch nicht sonderlich erfolgreich war. Und er war jetzt kurz davor, drauf und dran, einer weiteren Einladung zu folgen. Eines Grafen, wo er auch wieder zu einer Jagd eingeladen worden ist, auch einer Jagd mit Falken und wollte diesem Hobby, sag ich mal, so würde ich es jetzt mal nennen, dieser neuen Leidenschaft, das ist vielleicht eine bessere Beschreibung, wollte dieser frönen. Aber in der Zeit ist eine Bote bei ihm an den Hof eingetroffen und hat noch Bericht erstattet, auch über Entwicklungen im Reich. Und die müssen wir uns mal gemeinsam anschauen. Und die könnten tatsächlich auch bedeuten, dass er diese Reise dann erst einmal nicht antritt, weil es sein kann, dass sich dort bestimmte Dinge entwickeln. Aber das lasst uns gemeinsam anschauen. Und zwar geht es dabei nochmal um die Fraktion, der unser Gaston noch immer angehört. Die Fraktion, die eben jenen Mann, Prinz Rudolf, wieder zum Kaiser, zum rechtmäßigen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches machen will. Und jetzt schaut euch mal an, aufmerksame Beobachter werden feststellen, Prinz Rudolf fehlt ihm nicht etwas. Ja, ich spreche nicht davon, von irgendwelchen Gliedmaßen oder dergleichen. Tatsächlich ist er nur noch Graf. Immerhin vierfacher, aber dennoch, er ist kein Herzog mehr. Und er war doch immer der Herzog von Bayern. Und schaut mal, wer diesen Titel jetzt trägt. Kaiser Humfried. Und wenn wir uns das mal anschauen, hat auch er diesen Titel auch durch eine Fraktionsforderung ganz offensichtlich erreicht. Im letzten Jahr, im November des letzten Jahres, vor nicht allzu langer Zeit. Das heißt, der nimmt hier Prinz Rudolf, der da keine andere Wahl hat, wenn er sich dagegen auflehnen würde. Der Sohn des letzten Kaisers Kuno. Ja, dann würde er vermutlich vernichtend geschlagen werden. Dem nimmt er hier immer mehr Titel ab. Und das unrechtmäßig, ungerecht aus Sicht unseres Gaston. Und eben da diese Fraktion jetzt die Möglichkeit hat, in drei Monaten ein Ultimatum zu stellen. Und das wäre ganz sicher die Zeit, die er noch bräuchte, auch hier, um zu dieser Jagd zu reisen. So, nochmal schauen können, genau wo diese dann stattfinden würde. Hier in Eschenlohe. Auch wenn das nicht so unendlich weit weg ist. Aber wenn sich da etwas zusammenbraut, ist das vielleicht nicht die richtige Zeit, hier zu dieser Jagd aufzubrechen. Und entsprechend wird er tatsächlich diese Einladung ablehnen. Und dann erstmal schauen, was sich daraus entwickelt. Und wird stattdessen vielleicht eine andere Sache tun. Denn hier gibt es noch den Hinweis, dass wir eine Entscheidung einsetzen können. Und zwar Auszeichnung wiederherstellen. Das hatten wir uns ja auch in der letzten Folge angeschaut, dass wir noch eine inaktive Auszeichnung haben. Die offensichtlich auch inaktiv zu sein scheint, weil wir dort keine entsprechenden Charaktere für haben. Aber es gibt, oder keine Ritter, die diese Auszeichnung erhalten können. Es gibt hier die Möglichkeit, Auszeichnung wiederherstellen. Das kostet etwas Prestige, aber mit zwei ausgezeichnete Ritter zu haben, ist dann, denke ich, wiederum auch eine Sache, die sehr prestigeträchtig ist. Und ja, dementsprechend können wir dort offensichtlich nach geeigneten Charakteren suchen. Die kriegerischen Würden meines Gefolges ruhen, verbreitet die Kunde an die Ritter des Landes, der Lefein von Venoir ruft. Würdige Sprosslinge für meine altehrwürdigen Ehrenplätze sollen herzlich willkommen sein. Zulässige Kandidaten für inaktive Auszeichnung werden dann erscheinen und innerhalb des nächsten Jahres und werden Ritter werden. Also werden wir dafür die Herolde entsenden und werden dann mal schauen, wer sich hier noch zu uns an den Hof macht. Ansonsten auch nochmal mit dem Blick auf diesen Krieg, der vielleicht bevorsteht. Gibt es hier vielleicht noch Möglichkeit, auch etwas zu tun bei unserem Kriegsvolk? Wir könnten sogar noch ein weiteres Regiment auch schaffen. Ja, wobei so viel Geld haben wir aktuell auch nicht zur Verfügung. 66 Gold, um hier nochmal weitere Mangonellen zu schaffen. Die Bogenschützen werden deutlich günstiger. Ja, wir werden hier nochmal in ein weiteres Regiment Bogenschützen investieren. Ja, und dann mal schauen, was in drei Monaten passiert, während hier dieser Krieg... Ach, hier ist schon der erste angekommen. Und apropos angekommen auch Oton, der jetzt auch hier bei Graf Bouchard ausgebildet wird, ist angekommen. Und hier ist Simon, der erste Ritter angekommen. Oh, und der beeindruckt uns aber, schaut euch das an. Auch er ist gerecht und ein ganz... Auch ein kaufmännisches Genie, er gilt als habgierig. Aber haben wir denn jetzt die Möglichkeit... Aha, wir können es hier einsetzen, weil wir ihn auswählen können. Aha. Und damit ist er jetzt ein ausgezeichneter Ritter. Aber dennoch ist sie noch inaktiv, diese Auszeichnung. Weil wir sie hier oben nicht weiter einsetzen können. Nun gut, aber wir haben erst einmal alles zumindest getan, was wir tun könnten. Wir schauen unser Ritter nochmal durch. Der Beste ist er nicht. Also haben wir durchaus Bessere. Gibt es denn irgendjemand, der nicht kämpfen sollte? Nö, nicht unbedingt. Können ruhig alle hier ihren Aufgaben nachgehen. Ah ja, wir wollten mal kurz hier auf den Krieg in der Lombardei schauen. Es geht immer noch um... Oh mein Gott. Der tollte Abstoßende von Verona. Er ist der Hofnarr des Kaisers. So dankt es ihm also. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Die Lombardei ist ja nicht mehr Teil des Reiches. Und hier wird gekämpft gegen... Hier wollte ich hin. Eben gegen jenen Mann, der wiederum Teil des Reiches ist. Das heißt, genau, aus Verona kommt er. Wenn er diese Ländereien hier erobert, wonach es ja aktuell aussieht. 80% Kriegsstand zu seinen Gunsten haben wir bereits. Dann wird das wieder Teil des Reiches. Und das dankt er ihm, indem er ihm zum Hofnarrn macht. Nun gut. Gut, dass dieser Mann aus Sicht unseres Gaston nicht sein Kaiser ist. Also hier tummeln sich jetzt auch einige Armeen. Wie schaut's denn aus mit unserer Fraktion? Kann jederzeit ein Ultimatum stellen. Und Zufriedenheit 100%. Aber es ist ein bisschen die Frage. Wird er das tun? Nee, ich denke, wir sind der Fraktionsanführer. Wir sind der Fraktionsanführer. Wenn es ist unsere Aufgabe... ...an ein Prachtturnier des Papstes. Ei, 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 ei. Jetzt ist man aber hin und her gerissen. Jetzt ist man hin und her gerissen. Was wiegt schwerer? Prestige auf diesem Turnier gewinnen zu wollen. Oder gegen diese Ungerechtigkeit hier anzustehen. Und Prinz Rudolf zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gaston sprunghaft ist. Und ich meine, er hat das jetzt hier auch als Anführer dieser Fraktion lange, lange Zeit vorbereitet. Und plötzlich hat er aber diese Einladung hier ins Pontifikat, wo sein Ururgroßvater wahrscheinlich, im Jener Mann, Albirik der Ehrenhafte, große Triumphe einfahren konnte. Und da ist jetzt ein bisschen die Frage, reagiert er sprunghaft und bricht auf nach Rom und lässt diese Planung jetzt plötzlich hinter sich? Oder wie wird er sich entscheiden? Ich würfel bei 5 und 6, schlägt seine Sprunghaftigkeit durch und er entscheidet sich dafür und reist nach Rom. Aber ich würfle eine 3. Er lässt sich davon nicht ablenken und wird dann tatsächlich zeitnah, denke ich. Und das wird aber auch nicht einfach, diese Fraktionsforderung versuchen durchzusetzen. Die Bogenschützen sind hier auf voller Stärke. Es ist jetzt der April. Vielleicht auch eine gute Zeit. Steht es denn um die Wahlen? Sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so eindeutig aus, aber Prinz Engelbert, sein Sohn, erscheint aktuell die meisten Stimmen auf sich vereinen zu können. Arrogant, ein religiöser Eiferer und schüchtern. Arrogant und schüchtern ist auch eine interessante Kombination. Nein, ich denke, Gaston wird jetzt seinen Plan hier weiter verfolgen und jetzt aufbegehren gegen diesen falschen Kaiser. Wir werden unsere Forderung stellen. Hat er denn starke Verbündete? Der Graf von Rothenburg. Naja. Dann denke ich, dürfen wir gespannt sein, wie er antwortet. Der Anspruch von Prinz Rudolf auf meinen Titel fußt nicht mehr in der Wirklichkeit als die Geschichte, die wir Kindern vor dem Schlafen gehen erzählen. Ganz gleich wie viele fehlgeleitete Narren ihr für euren Plan versammelt habt, ich werde mich einer derartigen Räuberbande nicht beugen. Ich will lieber sterben, als mein Geburtsrecht in den Händen eines solchen Scheusals zu sehen. Das ist eine eindeutige Antwort. Dann eben Krieg. Okay, unserem Lehnsherrn wurde der Krieg erklärt. Verbündete treten dem Krieg bei und wir kümmern uns erstmal hier um einen Vorzug. Eiserne Konstitution. Ich finde, das ist jetzt vielleicht das, was er braucht, wofür er sich jetzt vorbereitet hat mit Blick auf diesen Krieg. So, wir können noch einige Verbündete rufen. Dieser kleine Prinz, nee, das ist unbedeutend. Graf Valram, er ist ein Vasall des Kaisers, ihn können wir nicht rufen. Aber hier unsere gute Freundin, Fadida, mit über 4000 Mann, 150 Prestige dafür einzusetzen. Aber sie, denke ich, kann uns hier gut unterstützen. Wir schauen erstmal, ob es notwendig ist, ob wir nicht auch auf Hausmitglieder zurückgreifen können. Die Prinzessin von Moldawien mit 400 Mann. Eine Delacote. Nee, finde ich auch abwegig. Ich glaube, da gibt es so starke Verbindungen zu den Delacote hier am Schwarzen Meer. Die gibt es nicht. Dann ist es doch am naheliegendsten, tatsächlich hier dieses Prestige für diese aber durchaus starke Verbündete einzusetzen. Wir werden auch hier anfragen. Ja, und dann, denke ich, wird es interessant sein. Hier hebt der Kaiser aus. Er hat ein bisschen Geld, aber auch nicht so unendlich viel. Dann werden wir hier auf jeden Fall hier unsere Armee ausheben. Jetzt schon bereitsteht. Und selbstverständlich wird unser Gaston sie auch selbst anführen. Ja, und dann ist die Frage, wie weit können wir ziehen? Auch ohne Zermürbung. Nicht so sonderlich weit. Aargau möglicherweise ein erstes zu belagerndes Ziel. Dann werden wir dorthin marschieren. So, und Feinida meldet sich. Wir sind ja auch noch dabei. Und hier können es schon die ersten vernichtenden Niederlagen geben. Schaffen sie es noch, sich daraus zu winden? Vermutlich nicht. Ja, da wird es die erste vernichtende Niederlage leider geben. Wir müssen uns hier erst einmal zusammenfinden. Und hier belagern. Wie schaut es denn aus, wenn wir, ja, mit allen zusammen deutlich stärker... Hier kommen noch welche aus dem Norden. Hier wird jetzt belagert. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir uns hier weiter bewegen können. Okay, hier haben sie offensichtlich nicht so viele verloren. Können jetzt die kaiserlichen Truppen hier im Norden umwandern. Und sich jetzt uns anschließen, hoffentlich. Während wir hier weiter belagern. Belagerungen voranschreiten lassen. Oh, was ist denn aber jetzt passiert? Ach, der marschiert jetzt hier durch und nimmt gnadenlos Zermürbung hin. Schaut euch das an. 100 mit jeder Grafschaft, die er durchquert. Oh mein Gott. Hat jetzt mal eben, naja, was heißt ohne Grund? Wenn er hier stehen geblieben wäre, wäre er wahrscheinlich auch aufgerieben worden. Aber mal eben 500 Mann. Hier auf dem Marsch verloren. Gut, wir marschieren weiter. Ich habe mir jemanden gefangen genommen. Arnold von Chili. Kann er für uns kämpfen? Er ist ein unbedeutender Gast. Wenn er in unseren Reihen kämpft, dann kann er freigelassen werden. Kann er sich gleich in seine Rüstung werfen. So, hier sind es nur drei Monate. Auch Bern ist belagert. Kaiserlichen Truppen kommen hier nicht so gut voran. Ist das eine mächtige Burg? Ja, durchaus. Stehen hier Verbündete, die gerne in der Zwischenzeit eigentlich auch schon weiter belagern könnten. Ziel ist es natürlich, sich am Ende des Tages hier durchzuschlagen bis nach Geisenhausen. Und unser Sohn lernt wohl gärdeulisch. Und auch hier kann ein Vormund zugewiesen wären. Der kleine Hübert. Hm, und da ist jetzt die Frage. Unser Freund kann das ja nicht mehr machen. Aber kann sich nicht seinen Bruder darum kümmern? Der ja auch aktuell ohne Aufgabe ist. Ist ja dann nicht mit unserer Schwester. Ach, die ist ja immer noch... Ach, die war bei ihm hier und da sehr, sehr unglücklich. Aber da konnten wir ja auch nicht helfen. Aber ich denke, wir können hier Albirik mal mit einer Aufgabe versehen. Er kann sich mal um seinen jüngeren Bruder kümmern und diesen ausbilden. Ist natürlich die Frage... Hm... Naja, Berah jetzt auch schon... ...neun Jahre alt. Und die müssen wir uns auch demnächst noch mal kümmern. Und auch darum, dass sie vielleicht auch noch mal ein paar Sprachen lernen. Wenigstens auch Hochdeutsch. Da müssen wir bei Gelegenheit mal schauen. Es gibt ein Komplott bei Hofe. Dalibor. Jemand hat es auf Dalibor und sein Reisemarschall abgesehen. Nein, sowas. Hm. Tja, wir müssen den Übeltäter aufhalten. Aber erstmal müssen wir hier weiter belagern. So, gut. Wir bereiten hier den Weg und alle kommen dann hinterhergelaufen. Soll uns recht sein. 24% zu unseren Gunsten, weil die kaiserlichen Truppen hier immer noch belagern. Kommen wir hier hin? Ohne Zermürbung? Ne. Aber wir könnten hier... Ne, das gibt auch zu viel Zermürbung. Dann müssen wir hier in St. Gallen noch etwas belagern. Wir schauen uns aber noch mal die Gefangenen an. Ist da jemand von Bedeutung? Nicht wirklich. Hm. Aber niemand hätte es so sonderlich gut kämpfen können. Was machen wir mit denen? Ich glaube, wir werden sie mal hier... Ich wollte sie in Hausarrest verlegen. Ach, sie ist in Hausarrest. Na gut. Ja, dann können wir das mit den anderen auch erstmal machen. Und... Dann nochmal schauen, was sich daraus entwickeln mag. Erst einmal muss weiter belagert werden. Und auch hier sind wir dann in vier Monaten mit der Belagerung durch. Ah, und die Kontrolle zu erhöhen. Die Aufgabe ist abgeschlossen. Ja, wir haben ja gar nicht unseren Ratsmarschall hier damit betraut, die Armee zu organisieren. Ah, ansonsten gibt es allerdings jetzt auch keine Möglichkeiten, ähm, weiter die Kontrolle zu erhöhen. Beziehungsweise, dass es andernorts jetzt auch in Forewa, das nämlich auch vor einigen Jahren noch ein Problem, selbst geschehen. Gut, dann kann er jetzt, äh, die Armee organisieren. Gerade jetzt in Kriegszeiten natürlich besonders wichtig. So, und hier wird auch parallel das Bistum belagert. Das geht offensichtlich auch sehr schnell. Und auch hier wird in der Nachbarschaft belagert, während wir gleich hier Konstanz fertig belagert haben. Es gibt ein neues Gesetz. Okay, begrenzte Lehnsautorität. Und Berar profitiert von unserer Gemahlin. Und, ähm, Bouchard lernt ihm Hochdeutsch. Na, sehr schön. So soll das doch sein. Da sind wir doch mit dem Vormund unserer Söhne sehr zufrieden. Gut, jetzt haben wir Konstanz besetzt. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, bis hierher zu marschieren. Ja. Allerdings ist das ein sehr ungünstiges Gelände für uns, um dort anzugreifen. Sollen wir erst einmal nach Schongau marschieren. Wir sollten uns allerdings auch von unseren Verbündeten nicht so sehr entfernen. Die Versorgungsschwelle ist hier durchaus ein Problem. Können wir nicht hierherum nach Ravensburg marschieren? Ah, haben wir es jetzt geschafft? Ah, ne, sie haben es leider belagert. Hier entlang können wir nach Ravensburg marschieren. Okay, dann brechen sie da die Belagerung ab wieder hier unten. Ach, schade. Und Graf Walter ist hier ausgetreten. Oh, da hat es eine Erbschaft gegeben. Damit ist das, was der Kaiser hier erobert hatte, nicht mehr gültig. Aber Rudolf geht es doch noch gut. Lokale Unterhaltung. Ja, aber das hat uns, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe... Ach, jetzt müssen wir uns hier hauen. Mit Karlmann von Franken. Er ist der neue Graf. Graf Dietmar ist der neue Graf von Eschenlohe. Und gegen ihn müssen wir jetzt kämpfen. Ach, kann das sein, dass er auf unserer Seite gekämpft hat? Natürlich, sonst hätte der Kaiser das ja auch nicht besetzen können. Und jetzt haben die plötzlich die Seite gewechselt. Und kämpfen hier auf der anderen Seite. Gut, ich meine, wir werden diese Schlacht erfolgreich führen, aber... Dennoch... Das war so nicht gedacht. Und Gaston wird erwachsen. Er war schon immer ein schlaues Kind und hat im Laufe des Studiums ein oder andere Mal bewiesen, dass er ein natürliches Talent für sorgfältige Planung und größere Ablenkungsmanöver hat. Er kennt nun viele Wege, das zu bekommen, was er will. Doch wichtiger... Noch wichtiger jedoch ist, dass er sich der politischen Implikationen dieser Wünsche sehr bewusst ist. Und er ist schüchtern, mitfühlend und lüstern. Ein undurchschaubarer Intrigen-Spinner ist er geworden. Und jetzt kann auch die Heirat mit Hämmer vollzogen werden. Der Tochter unseres Freundes Burscha und Kinder der beiden werden Delacote sein. Wie schnell sie doch flügge werden. Damit haben die beiden geheiratet. Sehr schön. Gut, es wird weiter belagert. Er marschierte durch die Gegend. Weiter munter dabei, Soldaten zu verlieren. Was macht der? Warum rennt er hier blind durch die Gegend und nimmt unendlich viel Zermürbung hin? Es waren mal über 1000 Mann, die er zur Verfügung hatte. 300. Wo will er hin? Was tut er? Diese Armee ist bald aufgerieben, einfach nur, weil er blind in der Gegend rumrennt. Gut, wir werden hier rüber marschieren zur Unterstützung, um hier die Belagerung schneller zu beenden. Ein wenig kopflos. Oh, und die Steueramtsstuben sind gebaut worden. Sehr, sehr schön. Wir haben allerdings auch noch weitere Gefangene gemacht, wie wir uns vielleicht noch einmal anschauen sollten. Diese junge Dame ist mit dir dazugekommen. Aber ich glaube, ein Kind muss bei uns nicht im Kerker sein. Sie kann freigelassen werden. Können wir hier Lösegeld verlangen für ein Druckmittel. Ein Druckmittel gegen Gräfin Kalina. Ja, da stellt man sich die Frage, das kann doch sicherlich in dieser Situation nicht schaden. Dann werden wir die beiden freilassen. So, Elena kann gehen und auch Kalina kann gehen. Und was er hier vorhat, ist er ungeduldig? Es ist mir ein Rätsel. Und unser Cousin greift an. König Sancho von Navarra. Ein navarrischer Konflikt gegen Kastilien. Ja, 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 okay, jetzt für uns aktuell weit weg. Aber hier auf der Iberischen Halbinsel ereignen sich Dinge. So, wir haben die nächste Belagerung abgeschlossen. Und ein erstes Kind ist geboren. Ach, schaut her. Elisabeth und unser zeugungsunfähiger Sohn, beide homosexuell, haben es aber dennoch zustande gebracht. Ein Kind zur Welt zu bringen. Gaston soll er heißen. Anfuß. Martin, Hubert, Beauson, Girard. Girard ist doch ein schöner Name. Also mögst du stark und weise werden. Das ist doch sehr, sehr schön. Und damit gibt es hier Girard Delacote. Und die Linie der Radel Delacote hat damit einen weiteren Erben in direkter Linie. Das ist doch sehr, sehr schön mit dieser schönen Nachricht. Und mit diesem Krieg gegen den falschen Kaiser würde ich mich verabschieden. An dieser Stelle bis zur nächsten Staffel, mit der es dann wie gewohnt am kommenden Sonntag um 13 Uhr weitergeht. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid, wenn wir hier gegen diesen falschen Kaiser, Kaiser Humfried weiter vorgehen. Oder Enfri, wie ihn vielleicht unser Gaston nennen würde. Ich weiß es nicht genau. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, hören uns wieder. Ich freue mich, wenn ich von euch lese in den Kommentaren, dann in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut. Euer Henri. Ich freue mich, wenn ich von euch lese in den Kommentaren, und ich freue mich, wenn ich von euch lese in den Kommentaren, ich freue mich und meine complainer, bei mir, ich freue mich euch und auch hier in den Kommentaren, Ich freue mich, wenn ich von euch lese in den Kommentaren r самое passe ich damit, von euch, dass ich mich euch um einmal Protein geheißulários und eine titerel bedro非常的 Jurgen will. Ich freue mich und füh похожIP Bleken, wenn wir diese je Anhalui ausfragen schauen, Vielen Dank.